Rote Rosen, Florian und Katrin kommen sich wieder ganz nahe, pikante Affäre gerät in die Presse. Lüneburg, die ARD-Telenovela Rote Rosen startet in Lüneburg am Montag mit schlechten Nachrichten für Katrin Zese, Nicole Ernst, 49. Für die lief es in der letzten Zeit nicht besonders rosig. Vergangene Woche bekam sie eine Jobabsage vom Hotel Drei Könige. Ist sie noch zu schwach, um wieder ins Arbeitsleben einzusteigen? Glücklicherweise sind Michi Brandt, Oliver Clemens, 48, und Tochter Mia Zese, Leonie Beuthener, für sie da. Mann Florian Zese, Stefan Plepp, 53, will sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Einer Kommode, die den Brand überstanden hat. Dabei findet er Katrins Erinnerungsküste. Als die beiden diese gemeinsam durchstöbern, kommen sie sich plötzlich ganz nah. Tell ist Philipp Dorend, Marc Schöttener, 34, zu Gast. Zum Leidwesen des bekannten Önologen Scheck-Zimon Dallmann, Tore Lütje, 28. Ihnen ein belegtes Zimmer ein, dann verschwindet auch noch sein Gepäck. Als Carla Saravacios, Maria Fuchs, 46, erfährt, dass Dorend im Hotel untergekommen ist. Sieht sie ihre Chance, doch noch einen Platz in seinem ausgebuchten Wein-Seminar zu bekommen. Ihr erstes Aufeinandertreffen verläuft dann allerdings alles andere als harmonisch. Eine Affäre zwischen zwei Widersachern wird aufgedeckt. Dienstag gerät Merle van Loon, Anja Franke, 57, wegen einer alten Affäre mit ihrem politischen. Widersacher Heiko Struckmeier, Sebastian Herrmann, 47, in die Schlagzeilen des Heide-Echo. Indes schreckt Florian vor dem intimen Moment mit Katrin zurück und verschwindet zu seiner Verabredung mit Anke Reichert, Anne Brentler, 49. Katrin hingegen hadert mit ihrer finanziellen Situation. Glücklicherweise ist Tina Richter, Katja Frenzel, 47, für sie da. Feldbetreiberin Carla will Önologe Philipp um Hilfe bitten, ist dann aber doch von seiner arroganten Art genervt. Hält er sich vielleicht aus einem ganz bestimmten Grund so komisch gegenüber Carla? Ist da etwa mehr? Große Freude indes bei mir. Die darf dank David Wagners, Arne Rudolf, 31, Hilfe ein Praktikum bei Gunter Flickenschild, Hermann Tölke, 68, machen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr montags bis freitags bei Rote Rosen um 14.10 Uhr im Ersten. Matthias Kräuhrer. Tan Untertitelung des ZDF, 2020